Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit mir den Kabin und wir sind hier am questen Einer und zweier Quest, weil haben wir mehr Abwechslung als bei den 6er, weil da hast du ja bloß 2 Quests So und das ist ja nicht erst seit gestern, warum ändern die das nicht, die Pimms? Also Spielspaß dürfst du in den Spielen hier haben oder wie oder was? Ey, wenn ich das mitkriege und das haben die auf jeden Fall mitgekriegt, das ist doch das erste, was ich ändere Aber kein Patch nachgeschoben, nichts Also das interessiert den ja auch nicht Schade eigentlich Jetzt muss man den ankreiden Also negativ ankreiden Das Spiel macht zwar Spaß, aber irgendwann, wie gesagt, hätten wir jetzt nicht mehr bauen und so ein bisschen Denn, Alter, werdet ein Tönig, würde ich sofort aufhören Ich kann ja wohl nicht warten Boah, warum ist das denn nun los? Mich ermüden diese Questen Das ist aber auch geil, legen die draus, wa? Oschi? Äh, nee, so weit, nicht so weit Das geht jahres tief runter Ich hab's dir gesagt, wenn du nicht hören willst, musst du fühlen Oh, Alter, krass Das mit, nee, ich wollte gerade sagen, das mit ein bisschen sauen, das ist unser erstes Haus Unser erstes Haus Nee, das stimmt aber nicht Keine Piepmetze Sag mal, hab ich den Schrauber? Natürlich hab ich den mir bei Ich wusste doch, Piepmetze Und keine Munition Das machst du nicht normal, Junge Tja Da trifft ihm keine Schuld, Karbin Du hattest einfach nicht nachgeladen Na und? Na, siehst du ein Eisen Was bringt denn so eine Schüssel? Ja, nischt Ich bin noch nicht mal drin Und nimm schon das ganze Haus auseinander So muss das Sinn Nachher laden es Hier ist nichts versteckt Das ist aber komisch So, Hallihallo Hallöchen Kannst du noch nicht mal zumachen Das riecht aber nach Spidermans Überall Ich seh ihm nur noch Spidermans Hallo Heute geh mal erstmal hierin Ich geh mal kurz hoch Klo Hab ich mal sein lassen sollen Darauf hab ich jetzt ja nicht geachtet Schön haste dir Schön So, nachladen Komm Guck mal hier Guck mal hier Die Funze an Das ist ja ein schöner Duschstein hier Achso Geht alle ziemlich schnell kaputt Vorsicht Hier geht alle kaputt Hä? Ich wollte gerade sagen Das ist doch ja nicht so tief Oh, ist nicht hier denn auch eine Schlingelschlange? Kommt sie da raus? Er hat es nicht anders verdient Blut Blut Blut, 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 Blut Geht doch Hm Das war alles Ist ja schmal Haha Wartoe Muss ich nochmal ein bisschen üben Hoppelos ein bisschen So, ich hab sie gefunden Hust, Hust So, was haben wir hier? Nischt 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 Na, ist ja ja nischt Oh, nee Machen wir noch nicht den Händler Ich muss erstmal gucken, ob hier alles Da Siehst du, da hittet nämlich noch hoch Spiel Hetz uns mal nicht So, was tut man nicht Hallo Komm Oh Mann, ich sehe das doch nicht Ich will doch sehen, wer die Wind heute Na komm Und nochmal Und Yay Du bist Sieger Ne, da kommt noch einer Vielleicht bist du Zweiter Na, er kommt Er kommt Er kommt Er kommt Er kommt Ein bisschen rüber Schaffst du ein bisschen rüber? Jut, hast du gewonnen Du bist der Sieger Voll der Überflieger Oh Was ist denn hier los? Mein Inventar ist ja voll Wie konnte denn das passieren? Na gut, ich nehme mir jetzt auch eine Blanderbass mit Äh, was habe ich erwartet? Ey Ich mache keinen Unterschied zwischen Loot Ich bin kein Loot-Rassist Bei mir durch jeder in der Tasche Klingt schwierig Aber wir kriegen das schon hin Wir haben bis jetzt immer hingekriegt Dass ich looten konnte Pollition So, ich würde mal sagen Hier sind wir durch Kleben, Moment Ich bin mal gleich wieder zurück Jo, da ist ja wieder Keine aus der Kiste So, äh Jetzt hat der schon wieder Hunger Na gut Trist sich ganz gut Dann kann ich nämlich gleich mal Ein bisschen was von unserem Unser Inventar loswerden Und den Rest schmeiße ich einfach bei Uschi rein Ich glaube, so wird das was So Aber sonst habe ich doch alle draus Ich müsste eigentlich hier alle draus haben Bis jetzt auf die Stühle Aber die lasse ich Hä? Warum hat er denn das doppelt beschichtet? Das erschließt sich mich da Äh Gerade nicht so richtig Das ist eine Doppelwand? Hä? Wieso denn das? Gut Ist jetzt dann nicht so richtig Aber trotzdem Wieso? Uschi? Ah, sie steht noch da Beheben die Quest ab Schnau Oh, 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 oh Voll Uschi, gib dir Mühe Oh, Schweinjabend So Ab nach Hause Ui, ui, ui Sehr, sehr schwieriger Weg So, dann können wir Ich jetzt die ganze Schuße von innen aufwärten Könnte so ja noch vorne vorbeikommen Äh, die würde uns so ja nicht sehen Aber darf hier hören Ich glaube, das Spiel kein Weißer war Ich würde gerade sagen Licht an Ja Unser Heldenland ist schon wieder an Ui, das war aber knapp Das ist so geplant Das muss so sein Wie gesagt Nächstes Mal werden wir kein Random Map mehr nehmen Die sind wir durch Also Junge, nee Ich hätte gerne mal Wie gesagt Ne Map Wo alt Geplant ist Da bin ich ja mal gespannt Wie das denn aussehen tut Ich weiß nicht Ich glaube Ich kann mich so ja daran erinnern Dass mir gesagt worden ist Das ist aber bloß bei Äh, mit den Äh, aufgraben Dass das bloß bei der Randomland so ist, ne Bei der Standard Soll das eigentlich normal laufen Glaub ich Ich weiß es nicht Das schon alleine Wäre schon mal ein Grund Um mal in die drin zu schauen Hätten wir jetzt nicht schon so groß Angefangen zu bauen Moins Äh, ich hätte gerne immer die Munition Und die Munition Ich bin Hätten wir so ja noch die Mollis Ja, 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 ne habt Aber Du gönnst uns ja nischt So, nehmen wir noch die Zweier Ey, wir machen jetzt nur noch die Zweier Die ist nämlich bloß 200 Meter entfernt Und das in Dunkeln Mua Schön Und zurück können wir sie eh nie abbieben Globig Zeittechnischerweise Okay, jetzt ein Brüller, wenn das genau in der Höhle drin ist Wo wir Kurzen drinne waren Prost Mahlzeit Aber die ist ja auf Die ist ja da Nee, das ist da Warte Hier waren wir auch Waren wir hier das letzte Mal drin Ich weiß das ja nicht Irgendwann mal anfangen Ich glaube ja Munition haben wir noch ein bisschen Ach, komm Was Hier, runter vom Auto Nur halt die Klappe Geklärt Noch Fragen Was Was denn Psst Mutti schläft So, hier ist nischt mehr Ich muss da hier ganz genau alle inspizieren Es geht doch nicht anders Muss ich zwar ein bisschen Inventar-Tetris spielen Aber vielleicht kriegt er genau das selbe Zeug Weil ich schon ein Inventar habe Erwes Klee, Moment Ich kann ja mal Glück haben, oder? Ist denn der Zufälle verlangt? Und da oben ist eine Tasche Die will ich natürlich auch haben Seht Sie schwebt Siehste Munition Hätt ich da nicht Rinnengekickt Hätt ich sie jetzt nicht gehabt Aber ist hier noch irgendwo was? Kann ich irgendwie Da, siehste Ich hab's doch gerochen Da ist noch was Ne, das ist nischt Das war Siehste, siehste Lieber nochmal Zweimal nachgucken Immer gut Er kommt her Immer komm her Immer ein warm Was macht ihr denn da? Ich lasse euch mal kurz alleine Wird er ja wenigstens Zimmer nehmen können Ein kleiner Fernsehenraum Oh nee, schlecht Aber ja, ein schön dicht dran An der Glotze, wa? Bei der Größe? Na, ich wisst ja nicht Warum werden wir in der Zwickisten an die Seite? Nun mach mal hier ne Ehen auf Haart, Junge Stups genauso schnell wie die anderen auch Denken ist verbesondert Nini Mhm, 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 mhm Echt jetzt? Na gut, was hast du erwartet? Das ist eben halt ne Zweier-Quest, ne? Was? Wo? Hä? Das riecht ziemlich viel, das Mädel Ach ja Wird ja sein können Bitte, bitte, Fahrradkette Nee, nee, Junge So nicht Warte mal Ich kann doch eigentlich hier Alter, vier Stück Ne, das sind aber Viertausend Erfahrungspunkte Haha So nicht Oh, ich hab die Fächer unten vergessen Ah, jetzt nicht mehr So, was ist hier? Da ist ne Tasche 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 Mh, mhm Munition Oh, Munition Oh, Munition Wo bist du schon? Oh, Munition Oh, Munition Hier kommen die Schuhen Juhu Oh, oh Kein Problem Mein Dude hat doch eh Hunger Siehste Ja, jetzt hab ich glittiges Crap, wa? Ja, zum Glück Dauert so ne Weile Das sag ich laut Und ich hake euch leiche Nur mal im Ernst Glaubt ihr das nicht? Ihr habt ne Meise Tralala Schubti Du Verdammt nochmal Kein Problem Mach ich das weg Das mach ich klein Das hab ich mir schon in den Inventar Das kann weg Siehste Blunderbass Munition Oh, welch braucht Geben Obwohl Ich hab da ne Idee Challenge Ah, dazu brauch ich Röhrchen Mach mal bitte in Röhrchen Ne, das ist schwierig Die nächste Quest Äh, mit Blunderbass Das wird interessant Vor allem Ich hab ja ja nie noch Position Aber das könnt ihr echt mal machen Wegen den alten Zeiten Wo krieg ich jetzt den Röhrchen her Hier bestimmt Da, Rektor Da Reparieren Na gut Dann brauch ich aber mehr Munition Warte mal kurz Ich muss mal kurz mein Inventar entleeren Die Kohle brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen Essen Ja Aber das kann weg Das kann weg Die ganzen Mods Wir werden mal ne Billig Challenge machen Ne Billow Challenge Oh, das wird schwierig Wie gesagt Ich bin das ja nie mehr gewohnt Mit so'n Zeug Zeug Das wird so in die Hose gehen So, äh Dann könnte ich ja Hab ich hier noch nie ein paar Mods Die darin schmeißen kann Vielleicht die Darin Eins wie Pika mehr kann ich schaden Ich glaube, das wird dann hierin passen Nope Gut Also Ich brauch noch Munition Und wie gesagt Da brauchen wir Schießpöfer Papier Und Steine Moment mal Vielleicht kriegt jetzt noch Bogen Munition Also, äh Pfeile Musik passt so her dazu Ja, ja Das kann was werden Ist Kann ich glaube ich jetzt hier brauchen Ja Und den Rest kann arbeiten Nee Muss ich so machen Äh Ach, siehst du Pfeile hab ich ja noch Das sei halt Ja, kein Problem So, sag mal Was hab ich jetzt Für Pfeile ausgerüstet Ja, keine Das sind Eisenpfeile Und Ach, das sind Bolzen Ich idiot Ohne Quest Wird eine Quest Schwierig Oh nee Aber so eine Quest Mach ich nicht Nö, nö Ich mach doch keine Fünfer Quest Mit einem Blanderbass Äh, eine Sechser Quest Ich würde mal sagen Wir werden jetzt noch ein bisschen Aufwerten Und morgen werden wir Äh, bei Ushi Äh, bei Ushi Ist nicht schon Bei Jen Wollten wir eigentlich Ich generell machen, mal Eine Quest holen Und werden die denn Auf low machen Quasi low cap Das muss reichen Äh, Aschi Aschi, das muss reichen Bis nach Hause Ushi Schwierig Und dann werden die denn Dass die laufen Und dann werde ich mal Aber wir sind fast soweit Mensch Jetzt hab ich beinah Feierabend gemacht Obwohl, wir sind jetzt Ja schon bei 27 Minuten Wollte mal ein bisschen Früher Feierabend machen Ich weiß das ja nicht Wir sagen Ins viele Sachen Vorzubereiten Das Gehen tun können Naja, wir müssen eh Die, äh, Nacht abwarten Ich würd mal sagen Ich werd jetzt Die ganze Show gesucht Das wird nämlich Nicht so interessant sein Wir machen heute mal Ein bisschen früher Feierabend Und wie gesagt Dann kann ich nämlich Nebenbei auch noch Ein bisschen Munition herstellen Alter, das kann man werden Vor allem Ich muss daran denken Dass ich die Geschwindigkeit Von den Zombies runterdrehe Mit Blunderbust Da oben rum zu hantieren Das wird lustig Also, bis zum nächsten Mal Ich bin raus Tschü